Musik Ey Sklaven, genau, nein, wo du hin gehörst, auf den Boden Zack Er macht dich mir lieb Zack, jetzt hier, go Ey, mein König, weg hier, Alter Hier, mein Pfeil, ist mein Pfeil in der Hand, was? Ich krieg's einfach nicht mit Was krieg ich nicht mit? Nix Das ist ja auch so, dass ich es mitbekommen habe, aber es ist zu mir Hä, was, nein? Ach, Luzi, putzi Henni Henni Es fühlt sich diezeit an wie ein Outlast, ne? Du, ihr habt da noch jemanden jetzt bei euch, ne? Ach, du heilige Scheiße Oh, heilige Scheiße Oh, heilige Scheiße Oh, heilige Scheiße Boah, bin ich froh Ich bin froh Ich bin froh Worauf ist er froh? Henni, hier so auf, so zu gucken Ab jetzt Hör auf Hör auf Das wird die langweiligste Folge ever Warum? Man muss halt ein bisschen kappen Wenn ich komme, dann ist nie langweilig, glaub mir Wenn ich richtig auflege So, dann fang mal an jetzt Ist das schon längst gestartet? Achso, habt ihr mittendrin angefangen? Chucky nimmt immer schon Feuer auf Achso Guck mal, da fliegt sie weg Wow Nein, nein, warte, warte, warte Ich komme gleich wieder Wow Und? Aber warum fangen wir denn an? Ja, siehst du, dass du herkommst Bei Fuß No Du kannst immer mehr hier Ja, wow, die Cheater hier Ja, ja, immer diese abgehobenen Typen Ja, gut Lutz, nicht da, ist egal Hanni, hallo Schön, dass du da bist Zwei weiteren Folge Minecraft Gut, wir beiden sind alleine jetzt hier heute Schön ist das Lutzi, ist auch dabei Hallo Okay War so stumpf anfangen, so ein bisschen Ja, ich merke schon Das war auch gut, dass ich nicht vorbereitet war Mit meiner Aufnahme Also, der liebe Fallkiller Hat uns so ein bisschen was geschenkt So, ein, zwei Ressourcen So, ein, zwei, ja Fällt nicht auf Überhaupt nicht Überhaupt nicht Den Clostorn Bicycle Letztor Ach, hier noch ein paar Schleimbälle Also, das nur so ein bisschen Das war das Ich hab geatmet Kam da nur heiße Luft raus oder was? Ich hab geatmet Was atmest du? CO2? Ne, CO3 CO3 PO? Okay, lassen wir Wow So, ich muss jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal beten Macht's gut, Leute Viel Spaß Also Hey, 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 hey Hey, hey, hey Bitte jetzt, ciao Selva hat Bock Und wir haben so ein bisschen die Mauer weitergebaut Ich mach trotzdem mal weiter Oh, was war das? Das war ein Legkidi-Lakki-Lakki-Lakki-Lakki Ne, das war alles so geplant Absicht Ja Oh, ey Ich hab den Knochen von Jesus Ja, ich hab ich dir gegeben Guck mal, du kriegst Blumen Es regnet Blumen, Henni Wir haben nämlich hier noch ein bisschen die Mauer weitergebaut Ich hab von irgendjemandem letztens auch schon Blumen geschenkt bekommen Hey, Henni Äh, erklär mal, wie, wie, wie funktioniert das jetzt in der Aufnahme von Chucky? Erklärt er jetzt erst alles und dann kommen wir zum Spiel oder wie kann man den ärgern? Ich hab fast geplant So muss das sein Wie kann man das machen? Hey, hab ich falsch gebaut? Du sei erartig oder du landest in einem Lava-Becken Was? Wo ist denn hier ein Lava? Woher kam das? Hast du das hier hingebaut? In die Thronsaal? Das ist unser, was für die, das Lava-Becken, ja Bist du dumm, Lutz Das stimmt, aber Das hat nichts damit zu tun Hä, wieso verreckst du nicht? Häh, ich hab einen Zaun gefunden Fuck Verdammt Okay, das war die beste Lache, Alter Ich erinnere mich nochmal an die erste Folge Da hab ich irgendwo einen Zaun hingestellt Ach, ich weiß, wo der ist, mit Sicherheit Oder ist der da nicht mehr? Der Zaun ist weg Nee, jetzt wirklich? Ja Hello, May und Darkness Du hast doch einen Zaun Arsch mich nicht Hello, Darkness Mode Frem Warum wird eigentlich die Wache in die hingen gesetzt? Mal so den Ball Sorry, äh, ja, ich brauche sie wieder weg Ach, alles gut, lass mich stehen, Spreber Ist mir egal Nee, jetzt kein Licht Ist mir egal 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 Das singen wir lieber nicht mehr Also nur mal so Es ist eine sehr chronische Folge, weil Lutz dabei ist Nur deswegen ihm Juuu Trotz ist ein bisschen entspannter meistens Warte, wir haben Röpfe Nein, das war du Okay Äh, hä, warum röpst du? Oh, ich krieg noch mehr Blümchen Ähm Ah, da kenne ich mich auch Geh weg Meine Blümchen Wo sind denn meine Blumen? Also, hä? Was wir da machen wollen in dieser Folge noch, ne? Ja Ja, erzähl Hanni, du hattest eine Idee wegen dem Dach Ja Ich will da ein Dach aufmachen und ich hab dafür eine Idee im Kopf Wow Das ist richtig Ja, was anderes hab ich dir bisher ja wohl nicht gesagt, ja Danke, 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 danke Geil, lass einfach zugucken, Zeitraffer, wie sie baut Nicht ein Zeitraffer Nee, nix Zeitraffer Das ist eine ganze Folge Ich soll schon auf 10 Minuten gestreckt werden, ist ja ganz klar Ich soll das jetzt machen in der Folge? Das ist, ne, ich fühl mich dann beobacht Warte mal, warte mal Ich bin schichtern Lutz, komm mal mit, lutz komm mit Lutz komm mit Ich bin schichtern Lutz komm mit Ja Vor allem haben wir anscheinend die Bucke Zugucken Geil So, Frau, arbeite Nein, Spaß Nein, Spaß Wann und bitte Hanni, weiß ja Bescheid Oh Äh Hanni, jetzt Bau Äh Wir müssen uns wohl doch mal wieder eine PvP-Arena treffen, um, damit ich dir zeigen kann, wer hier von beiden die bessere ist Achja, wenn du dich traust, ja mit Chucky Nein, Frau ging Frau Nein, Frau ging Frau Ach so, da Ich zeig mich ein, da Hallo, du bist immerhin die Frau von Chucky Ich geh jetzt, ciao Wow Hallo Lutziputzi Hier Anschlag Oh Was Weißt du was ich davon halte? Nein Nein du lässt die Kuh in Ruhe Oh mein Gott Dann ändern wir uns den Plan für heute mal so ein bisschen Nein Der Plan ist dass wir keinen Plan haben Ah ja Hey Henni Ich bin verstanden Chucky siehst du mich? Machen wir das sinnvollste in der ganzen Folge Bauen Mauer bauen vor allem Ja ich bin auch Darf ich auch? Doch Du musst Steine bringen Ich hab doch eh keine Recht auf deine Truhen Stimmt Querstrech Z-Modify Dein Name und dein nächster Blick auf die Kiste Komm mal was waren die denn alle? Ach Also Henni wenn du sagst du willst bauen dann sag Bescheid dann können wir da Wenn du beschwertig bist Ja ja ich mach schon Ich mach schon Alles klar Ja nö Doch Ich bin friedlich plus So kümmere dich mal da hinten um die Mauer Ähm Okay du kennst das Ja klar Warte mal stopp 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 Mach das mal Nein Das leckt mir dann zu sehr auf dem Server Das dann Ähm Docks da noch stehen Nervt mich Wie es leckt Was leckt Manche wollen gerne gedeckt werden Manche wollen gerne gedeckt werden Weißt Ich bräuchte noch Erde Achso ich hab's auch viel Erde Willst du Erde haben? Wir können handeln von Stadt 1 zu Stadt Was ist deine Stadt? Stadt cool Okay also warte mal Wie hieß deine Stadt? Ich hab schon die Stadt Schuckington 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 Hä? Ich kann nicht mehr Ah Ne hä? So honey bist du jetzt bei der Bei der Brücke? Avantal Okay Achso genau Wir haben ja Resolute Oh okay Was denn? Ach nix Ich wollte was sagen aber So Schuckington Hast du jetzt die Stadt so genannt oder was? He ja Naja aber im wesentlichen äh Brauchst du jetzt Erde? Also ich müsste ja noch ein bisschen ähm Aber ich könnte auch wieder was weg holen Wir machen das so ja Erde gegen Elytra Wow Wow 44 Erde 44 Erde Wow Sowieso 44 Was ist denn das hier jetzt hier? Ganz schnell weg damit Ey Quatsch Warte ich helf dir Du hast sogar noch einen Block gespart Ey Was denn? Guck mal wir sind immer so handgreiflich Ja von Lutz lass doch mal an hier in Ruhe arbeiten hier Mann Ey Sei doch ein Dankbarkeit ist anders Lutz Sei endlich mal ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft Endlich mal Ruhig sei ruhig Wow Sei immer ne einfach mal endlich ne vernünftige Frau von Juggie Dafür muss jetzt dieses Schaf sterben Eins, zwei, drei Vier, fünf, sechs Ach gut kannst du zählen Sieben, acht, neun Zehn, elf, zwölf Verloren Kennst du nicht Eleven, das Spiel? Nein Leute, wer's kennt, gerne mal ein Konto Ja Wow Lutz, wow Was denn? Ein bisschen Interaktion, hallo? Hast du noch nie gehört oder was? Hä? Der Streamer kennt das nicht, versteh schon Ne, ich gehe auf einen Konto, wer liegt ein, weißt du doch Das ist ja echt, stimmt, wer macht doch sowas, mein Gott Nun ups Ist ja mal sowas von 2.17 Also ganz ehrlich Wer das noch macht Hallo Der hat YouTube nicht verstanden Das hätte du nicht Dürfte ich jetzt mal Nein Ein bisschen Teil davon sein und Mitbauen Awww Und amelsozzi Datsibuzzi möchte mitbauen Ja komm hier, dann bauen wir das Fetti unten zu mit Erde Nein, ich will aber Holz Hab ich nicht dabei Ja, natürlich hab ich nicht dabei, aber hauptseid die Kisten überquellen sind da voll Ja hab ich nicht dabei, aber die Kisten ist aber nicht dabei gerade Dass das da noch reinpasst, ist noch ein Wunder, ey. Du bist nur neidisch, weil ich so viel Holz gefarmt habe. Neidisch! So sieht's aus, tatsächlich. Neid entsteht vor allem bei sowas. Eine Krise steigt auf. Man riecht es mittlerweile. Hä, was denn? Es riecht nach Sandwich. Ich weiß jetzt auch nicht, was du wieder denkst. Also bitte. Ehekrisenriechen immer nach Sandwich. Wow. Alles klar. Wer es noch nicht kennt, sehr schön. Wer es noch nicht kennt, sehr schön. Alles klar. Shacki wollte ich gerade sagen. Wow. Ich bin mir das gar nicht gewöhnt, dass jemand anderes als Shacki da ist. Hä, als Shacki und ich ne Ehekrise hatten, da riecht es auch immer richtig hart nach Sandwich. Shacki, kannst du das bestätigen, oder? Nein. Wow. Brauch' noch mehr, Alter. Unglaublich, dieser Junge. Warte, ich hole Öl hier. Ja, das denk' ich mir auch manchmal bei ihm. Ist einfach so eiskalt. Aber so kennt man ihn. Eis, Eis, Baby. Ach man, in meinem Haus hab ich das alles. Eis, Eis, Baby. Ich brauch' ein bisschen Holzbeut. Ich beute, ich beute einfach unser Lager aus. Mach' mal. Da ist er genug drin. Da hast du auch was zu tun, ne? Auf jeden Fall. Ausbeuten ist immer gut. Du bist ja so ein Ausbeuterbetrieb, ne? Stimmt. Mhm. Wie viel brauchst du denn? Weißt du das an Erde? Pfff, 10 Stacks. Massig. Haben sie nen Wunsch? Bring' mal so 10 Stacks mit oder 100. 100, 100 oder 100. Was? Hier, bitteschön. Du kannst ruhig da, du musst hier, da hier drum herum, muss halt noch ein bisschen Gitterra vorwärmen, Mhm. Und hier nach, also rechts muss ja noch ein bisschen, das ist hier so. Ne, das ist das hier, wo hier, das Stein muss ja der Boden sein, sozusagen. Ja, 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 mhm. Äh, geht's noch? Ja. Kannst du noch aufheben? Ich bin voll. Ach so, oh. Sag das doch. Guck mal hier. Mit Stein, mit Holz. Guck mal hier, der König. Oh, Vorsicht. Oh, ich hab keine Money mehr. So. Wow. So, oh, da kommt noch ein Eindringling. Was haben die denn alle gegen deine Mauer? Die hassen mich. Ja, ich merk das schon. Ich hab auch noch, ich hab auch noch eine geile Monster-Farm. Wichtige Hater. Ich hab auch noch eine geile Monster-Farm in der Mauer. Okay. Was, schau, du, zwar drin ist. Was soll das heißen? Ja, wenn du Farmen, ich liefarm wirst, geht er hin. Ach so. Oh, verstehe. Woher hast du denn du die? In der Mauer. Ja, was sag ich, in der Mauer? Hör doch mal zu, Lutz. Woher? Woher? Ja, weil ich kein... ...ne Facken platziert hab. Genau. Einfach nur Stein außen und drüber Holz und unten Holz. Und ja, hast du halt einen Raum, der schwarz ist. Ah. Ich dachte, mit einem Mob spawner oder so. Nö. Mit einem Mob spawner Mod. Natürlich, du und deine Mods immer, ey. Mann-o-meter. So, nee, aber wir gucken jetzt mal eben ein bisschen Terraforming hier, ne. Kann man ja. Was macht Henni eigentlich? Na, Quatsch. Ich weiß ja. Hanni ist ein sinnvoller Mitglied meiner... Ich wollte nur gucken, dass du wirklich noch baut, so. Ich... Ja. Das kontrollieren wir doch gleich mal. Klar kontrolliere ich das gleich. Das ist aber so gut machbar. Ja, klar kontrolliere ich das. Ich probiere jetzt, ob es schon als selbstverständlich ist. Ja, moin. Hanni weiß das nicht. Ja, Hanni muss mal an zwei hingucken. Kenn ich nicht anders. Ob wir das so stehen lassen können hier. Er sitzt faul daneben und ich darf arbeiten. So wie in einer Vorhine-Folie, die wir schon hier hatten, meine. Voll normal. Ja. So kennt man ihn. Ja, man muss halt arbeiten lassen, ne. Kennst du auch, Mutz-Rutz. 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 Putz-Rutz. Putz-Rutz-Rutz. Putz-Rutz-Rutz-Rutz. Putz-Rutz-Rutz. Brrrr-da. Bau. Yeah. Ja. Okay Hanni, okay. Ich kann mich nicht mehr TDP... Ich brauch irgendwie nie. Komm jetzt wieder hier eine Musical. Was hat denn das mit dem Musical tun? Was bewegt, was bewegt, was bewegt du dich? Oh, es leckt gerade. Ich kann mich nicht... Oh, nee. Echt jetzt? Brauchst du aber? Ja, also ich... Wichse ich nicht bei mir mehr und... Ja, komm mal weiter. Ja, es leckt. Oh mein Gott. Was ist da passiert? Wow. Oh. Alle haben gelieft einmal. GPS war ein bisschen... ...eingebrochen. Bei uns hat es geklappt, bei denen ich... Wir sind halt gut. Wir sind gut, ja. Hanni, ich finde uns toll. Wir sind super. Wir sind der Burner. Ich finde uns nicht so... Der dich nicht stimmt, aber was? Ja, ich meine, ich meine. Wetten gehen wieder raus, du weißt Beschein. Wetten? Wetten für was? Ich kann auch nicht. Wetten. Wetten. Wetten, Wetten. Wetten, Wetten, Metten. Wetten? Mett, Mett. Mettbrot. Mettbrot. Mag einer von euch Mett. Mettbrötchen. Mettbrötchen. Mett ist geil. Also ohne Scheiß, ich finde Mettgeruch so richtig geil. Weißt du, und dann mache ich das aufs Brötchen und denke mir so, hm, geil, jetzt erst mal reinbeißen. Denke mir so... Jeden Samstag frisch vom Metzger gibt es Mett. Mett ist so... Das riecht so geil. Und dann beiß ich da rein und weiß, warum ich das nicht mehr so lange gegessen habe. Weil ich einfach... Ich mag den Geschmack nicht. Also... Das stimmt nicht. Das ist so schleimig. Ach, komisch. Ich hab so eine Scheiß. Ich hab so ein Problem. Was denn? Ich hab so viele Kisten. Ich finde mir Sachen im Schluss nicht mehr wieder. Unglaublich. Äh, okay. Wer Probleme hat, weißt du. Eins, zwei, drei, vier. Hi. Weißt du, die Indische... Wieso ist denn hier hinten ein Stammmeer? Ich hab noch nicht mal ein Halbogen. Das soll der Quatsch denn? Was? Wo bist du denn? Ja, weil die brauchen wir doch noch, Hanni. Warum? Warte kurz, warum sag ich dir... Warte kurz, sag ich dir sofort, weil... Eigentlich müsste ich mir hier noch einen dran machen, sogar. Weil hier ist die Bucke ja noch gar nicht zu Ende. Eigentlich müsste ich hier noch einer dran. Eine EU-Berette. Hanni. Wenn man es ganz genau nimmt. Eigentlich müssten da sogar noch zwei dran. Und dahin müsste die Brücke doch ein bisschen verlängert werden, die Brücke. Um es gleich zu haben. Es muss doch nicht jede einzelne Stufe da überdacht werden. Nein. Doch. Jetzt halt die Klappe. Ich mach mal hier oben, wie ich das will. Ich kümmere mich zum Dach, also Punkt. Gut, dann baue ich es gleich wieder oben. Kannst du ja machen. Wow. Wenn du dir die Arbeit unbedingt machen willst, gerne. Mach natürlich eine Folgen. Ey, die Brücke hat sich ja verändert. Ja, äh, passiert. Ist halt, ist halt shit happens, ne? Hanni, tut mir leid, aber shit happens. Ja, ja, kennt's ja nicht anders. Ja. Oh. True. Sorry. Ihr ärgert euch. Nein. Nee, nur ich werde geärgert. Also von daher. Also von daher. Merkst du mal, er war das immer. Nicht ich. Hanni, sei nichts Walsches. Wow. Wow. Bist du ja auch böse. Bist du ja auch böse. Bist du mir jetzt schon der Mund verboten. Boah. Ist halt echt nichts mehr. Na, ist halt echt so. Ich bin ne Diktatur hier. Unglaublich. Weil wir... Einmal in seinen Wänden... ...direkt so. Weißt du? Unglaublich. Ja, Lutz, übertreib dich mal nicht. Du bist auch ein Sklaventreiber. Hm? Und wie fern? Ja. Wer war das? Stopp, 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 Lutz. Stopp, 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 stopp. Ihr könnt euch weiterreden, aber ich meine nicht weiterbauen, weil wir müssen jetzt hier... Ich muss ein Turm hin, weil ich muss ja dann da eine Brücke und so. Ähm, Hanni, ich brauch dich. Warum? Ich muss ein Turm bauen. Symmetrie ist nicht so seins. Ich geh mal hinkucken, wie er ihn gebaut ist. Ich brauch' ich einfach nach. Ich würd' ich grad sagen, ich müsste jetzt auch erst mal gucken, wie ich den gebaut hatte. Alle, ich helf dir. Als wenn ich mir das gemerkt habe. Also mal ehrlich. Ja, ich dachte, du bist schlau. Wenn man die... Oh! Ja, schlau bin ich ja auch, aber merken kann ich mir halt nicht hier. Wow. Wow. Wow, wow. Wuff. Wuff. Miau. Warte mal. Ach Mist, ich muss kurz drüber erst benennen. Ach ja. Mach mir mal ruhig weiter schlecht. Echt mal. Okay. Also, also, nee, also echt mal nicht, so. Hä? Okay. Nein, du willst' ich auch nicht sagen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hier meine, ähm, Monster-Farm. Bin ich gerade. Geil. Da geh ich mal ran. Quatsch. Saugeil, das hier. Rein in die Olga. Hau. So. Es steckt schon wieder irgendwas in die Olga rein. Hey, der hat einen richtig krassen Bogen, den wir nicht haben. Oh mein Gott. Also. Sehr, ja. Ja, drei. Drei. Ach man, jetzt roll mal richtig hin. Zwei, eins, drei. Also, drei. Fuck. Vier, fünf, eins, zwei, drei. Vier, eins, zwei, drei. Los kann ich rechnen. Los kann ich rechnen. Zwei, 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 eins, drei. Eins, zwei, zwei, eins, zwei. Spiegelt sich mal. Drei, zwei, eins, drei, zwei, eins, zwei. Zwei, drei, eins. Moment, nein. Drei, eins, zwei, 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 eins, zwei. Nein, nein. Zwei, drei, eins, drei, eins, zwei. Sei ruhig jetzt. Drei, eins, zwei, zwei, eins, drei. Doch, wirklich? Nein, nein. Drei, zwei, drei, eins, drei. Nein, drei, zwei. Nein. Fuck, drei, eins, zwei, 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 eins. Fuck, Alter. Wie ging das denn so? Drei, zwei, eins, drei, drei, zwei, eins, drei. Oh mein Gott. 3, 1, 2, 2, 1, 3 Lutz, der Tum ist ja schon fertig Achso, okay So arbeitet man in Team, Leute So arbeitet man in Team 3, 1, 2, 2, 1 So arbeitet man in Team, okay Was? In Team arbeitet ihr so, okay Ja, wir arbeiten so in Team Ja, ja, in Team Mach ich doch Alles klar 3, 1, 2, 2, 1, 3 Ah, 3, 1, 2, 2, 3, 1 2, 3, 1 3, 2, 1, meins Tragens Naja, Lutz Scheiße, ja, danke für die Erde Bitte Nein, wir sollen in den Witzel auch Wie er sich einfach umdreht Ja, weiß, was er wohl schon jetzt weiter Bruder, um was los Bruder, was los? Bruder, er muss los Boah, Lutz war doch nicht mit Erde, Alter Zu groß, man fragt mich so dumm Oh, Lutz Ja, bitteschön, jetzt weißt du, wie es geht Ey, warum baust du es denn nicht einfach mit rüber? Ja, weil er auch steil sein muss, du Pfosten Oh Ich will ihm nur helfen, aber er nimmt es wieder mal nicht rein Ah, Mann, Lutz, sie doch Halt, Hanni Amelie zu Was? Hanni, ich weiß jetzt, wie du dich immer fühlst, wenn du mit ihm aufnimmst Nein, Quatsch Aber der geht mit einem echt böse um manchmal Nicht wahr, Chucky? Ach, es gibt auch Zeiten Dann, äh, da ist er ganz schlägeleicht Die ist noch schlau Na, Gott Dann ist es also Meiner ist das schlägeleicht Abgeherdet Achso, okay, versteh schon Wie so ein Okay Moment mal, muss er halt ein bisschen aufmüpfen, äh, aufmüpfig sein Neues Wort gelernt Wie, du kennst das Wort aufmüpfig nicht? Bitte? Du kennst das Wort aufmüpfig nicht? Ähm, Chucky Wow, Lutz Doch, klar kenne ich das Wort Wer kennt das Wort denn nicht? Was bedeutet denn aufmüpfig? Also im Wesentlichen, äh, Google Lutz, Alter, in dein Ernst Google Weißt du denn, wie das geschrieben wird? Ich weiß es doch, natürlich Ich weiß doch alles, äh, hä? Ist, äh, ja, wie so eine Art Forderung, Anordnung oder Auflehnen Denn dagegen protestierend aufbegehend So in dem Dreh ist das gemeint halt, ne? Ja, ja, ja Ist aber eher österreichisch Also das Wort ist so ein Akzeptiv Was aus dem österreichischen Raum kommt Äh, sonst wird eher das ländlich so benutzt, das Wort Aber deswegen kenne ich das auch nicht Aber ja Also der Oster muss ja wegkommen Kannst du die Info jetzt haben, weil das Ich wusste das, aber alles Äh, Google ist dein Freund, ne? Äh, war's cool? Ja, ja Versteh ich jetzt Oder wie heißt, wie hieß das genau? Warte mal Ne, 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 warte, warte, warte Oh, nun öffne dich, du Ey Ah ja, da geht jemand echt, äh, nett um Mit seinen Sachen Ja, 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 ja Natürlich geh ich immer nett mit meinem Laptop um Wow, Lutz, du bist echt sinnvoll, gerade was wir machen Finde ich gut Warum? Weil ich da rumstehe, oder was? Weil du einfach gar nichts machst Einfach so mal gar nichts Hey, natürlich Er musste doch eben erstmal gockeln Ach stimmt, er musste ja gockeln Bester Folgentitel Er musste gockeln Was war? Ach so, genau Google ist dein Lutz Google ist dein Freund, aber du scheinst das nicht zu begreifen Jemand ist der Meinung, dass du zu faul bist, um mit Google zu suchen Statt dessen nervst du andere Leute damit, für dich zu suchen Man gab dir diesen Ding, um dir genau darauf, äh, dich genau darauf hinzuweisen Dieser Umstand, äh, der Umstand, dass ihm gefolgt ist, bestätigt das Wir hoffen, es hilft Und warte mal Kriegst du noch ein Ding? Okay Na, Google ist dein Freund, genau das habe ich ihm gerade vorgelesen Ach so, was gibt's? Geh, warte mal Ich schick dir das mal, dann kannst du das bei dir einblenden Ah, wieso einplanen? In dem Video, dann Ähm, von wem? Von Chucky? Hä, Lutz nimmt doch nicht auf Du! Ich rede gerade mit dir, Lutz Ich nehme gerade gar nicht auf Ja, ich nehme jetzt gerade gar nicht mehr auf Nein, also Das kann man schon bei Chucky einblenden Nee, du musst Chucky zu dir schneiden Ach so Mann, Chucky Du musst ja nicht schneiden, das ist einblenden Warte ich nicht, warte ich nicht Kannst du mir auch ein Kabel nehmen? Ein Blackly ist doch das gleiche wie Reitschneid, oder nicht? Nein Entschuldigung, ich kenne mich damit nicht aus mit der Materie Also indirekt Lutz, du kannst auf diese andere Seite nehmen Hier, guck mal hier Ich habe kein Kabel, ne, danke Oh, ich wollte gerade schon sagen Ein Stack, danke Ja, okay, danke Jo, hab genug Okay Ach, schrein ich so Ja, er hört sonst nicht Kannst du ja da die Dame rumbauen, so was den Tubus zu verletziert Okay, top Top Wie hoch ist denn das eigentlich? 15 Jetzt erstmal Ach du allige Kacke Das wird dann noch höher nachher, aber erstmal nur 15 Mhm Dass wir erstmal nur den Grundriss haben können, dass wir erstmal sagen können, okay Soweit sind wir Ganz kurz Wie lang geht denn eigentlich schon die Folge? 10 Minuten Also auch keine Ahnung Haha 10 Minuten Ja, so ein bisschen mehr auch vielleicht, aber hey Naja, natürlich Ist doch nicht schlimm Lutz, ich habe dir jetzt mal was über das Skog geschickt Okay, danke Oh, Moment mal Ah doch, das hast du auch hochgezogen Hab ich jetzt? Ach, ja Soll ich gerade Okay, weißt du was Ja, guck dir das mal Aua Schwere Schwere Gut ist dein Freund Ach mein Gott Kannst du Gift nicht? Ich habe es ja auch noch unterstellt Das ist einfach nur belastend Ach sowas Oh Guck dir Gut sie Ja Auch nicht weinen Irgendwie der Sport Ach Quatsch Oh jawoll Hab ich schon zugängesegelt Kein bock mehr Scheiße Habe ich schon Mann, warum Fun Wo ist Chucky? Das cool ist, man kann sich einfach wieder hochbauen, man muss eh noch ein bisschen was so in Mau hochbauen, das heißt, nimm einfach einen Block damit und dann geht's wieder Geil Kannst du einfach in den Leiter oder in den Treffer bauen Warum? Ich muss eh die Block hochbauen, also wenn ich's nicht hochbauen, ist egal Also irgendwann müssen wir eh hoch Hier, dein Stein Hey Ja, ja Ich hab einen Stein, langsam wird's echt Mau Ah, dann müssen wir wieder ein bisschen Connections Ja genau, Connections, wir spielen lassen hier Richtig, ja Eigenfarm ist nicht Ach ey Ja, warum auch? Ja, man lässt es farben Der moderne Mensch lässt es farben Also Leute, ganz ehrlich, wir leben in 2019, ja 2000 Nein, ist mittlerweile gar kein Geheimnis mehr, also von daher Auch nicht im BTTR Es ist einfach ein Teil unseres Lebens Arbeitest du nicht, Hanni? Los, an die Arbeit Wow, Sklaven arbeitet nicht Ja, sie wäre jetzt zu uns gelaufen, Heinrich Warte, ich komm mit der Falsche, warte kurz Sie hat sich versteckt Also Lauf, Hanni, lauf Geh weg Ja okay, ich bin ja nicht unnachfällig, tu mir leid Ich bin Ablenkung Wo seid ihr denn? Hm? Wo seid ihr? Äh An deinem Turm Also ich bin an deinem Turm Warum ihr? Hanni, Hanni, wo bist du? Weiß ich nicht, wo Hanni ist Okay, dann sag ich ohne Hanni zu sehen mal Tschüss, ne? Ciao Okay, ciao Leute Du siehst mich ja auch nicht Das ist mir egal, aber Hanni wird ja dabei sein Hey Wow Dein Arsch Ich meine Hey Was? Wo bist du denn? Das ist ein Allerkroß Ich hab gehofft, dass du mit der Brücke ein bisschen weiter bist Aber irgendwie bist du nicht ganz so viel gemacht oder gar nicht Ja, und ich versuch mal da oben rumzutanzen Aber von Weitem sieht das echt gar nicht mal so kacke aus Ja, ich seh ich ja nicht, weil Oben erst mal Ja, ich bin hier hinten Richtung Äh, 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 äh Turm Ja, wow, warum seid ihr hinten? Ja, weil ich mir das von Weitem angucken wollte Ja, klar Hier, hallo Hat Jackie uns rumlaufen, oder warum ist der auf einmal da? Oh, äh, das selber Äh, äh Warte mal, ich guck mal jetzt von der anderen Seite, weil da hab ich ja schon zwei rein Ich fühl mich grad wie ein Gott auf der Treppe Das sieht echt gut aus Boah, Leute, Wasser Sieht schon echt cool aus Ja gut, die Erde hier Komm, vom Weitem aufpasst das richtig gut Komm mal weiter zurück Weißt du, warum mich das auch erinnert, Henni? An Stadt 3 Von Philipp Boah, seh ich nicht, Stadt 3, was mit dem Scheiß Stadt 3 hat Da reißen wir ab Oh, Henni kommt auch Stadt 3 Ja, ja Also, nur, äh Sorry, Hanni Oh, oh Äh, ich bin aber, ich bin aber ausgewandert Das war deine Heimat Zu aus meiner Schatten Zu aus meiner Schatten Oh, aber nicht freiwillig, oder? Geld habt ihr Nur weil das dasselbe Material ist mit Schwarz-Eiche und Dings Alles andere ist doch nicht gleich Na, ja Doch Nein Henni, bitte Bitte, das ist wir mal nicht mit mir Doch Ich habe recht, das weißt du Nein 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 Ja, geht Egal, egal worum es geht, nein Weißt du, wenn man dann schon wieder in der Ehe ist Aber hallo, hab mal ein bisschen Respekt vor Älteren Oh, äh, okay True Story, true Story Jetzt kommt die schon wieder zu, mit so'n Ja Du kleiner Jungspund Oh, danke Wow Oh, wie süß das eben war Oh, oh Ich bin jung Naja, alles klar So, Chucky Ja, hier Wie sieht's aus Gut, hört ihr? Auch gut Super Und was steht jetzt noch Ich mach gerade hier Ich brauche noch ein bisschen was Und du? Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht Mann, Augen auf dem Straßenverkehr Du kommst hier nicht hoch, du scheiß Zombie Da bin ich bei der Brücke Ich sag mal Frottes Fleisch ein Oh, das hab ich denn geworfen Nee, das ist eben von dem Zombie, den ich getwittet hab hier Aber du siehst ja, ich sag mal alles Nein Passtext Frottes Fleisch Ah nee, das geht hier nicht Doch Oh, Lucie Immer artig Wow Artig sein Kindlein Wurzig Oh nein, ich springe direkt Selbstmord, oh, geht ja gar nicht Ist echt gut gesichert hier Ja, geil, ne? Ja, ja Krass Also ich würde sagen, wir machen die Brücke auch noch mit drin Made by Honey Wir machen diese Runde die Brücke noch fertig Lieber den Chucky, was? Wie bitte? Wir machen diese Runde die Brücke noch fertig Dann machen wir aus Ich kongern die dabei noch ein bisschen zu Ja, komm her, komm her, warte mal Du hast doch bestimmt wieder Treppe Ach, weißt du was? Komm her Hier Hier Ist gar nicht mal so schlecht Wo ist sie, wo ist sie auf einmal hin? Ach da Lass dich nicht stören Oh, aua Komm, mit Optifine kannst du aber noch ranzoomen Ja, stimmt Hast du zufällig ne, äh, Dings bei dir? Ne was? Ne Werkbank Ähm, eigentlich nicht, aber Bitte Da komm ich nicht ran Ey, mach Platz hier, ey, ist ein bisschen eng Klaustrophobie ist hier nicht Warum machst du hier Klaustrophobie? Pack mal hier irgendwo ran, hier vorne Warum ist hier Klaustrophobie? Der hat das hingesetzt Musst nämlich ein bisschen, ein paar Stufen machen Nutz, warum hast du da Klaustrophobie hingesetzt? Ich war das nicht Natürlich warst du das Nein Habe ich auf Aufnahme Doch, brauchst gar nicht so mit dem Kopf zu schütteln Woher sieht sie das? Hä, sie guckt doch gar nicht auf unsere Seite Du, wenn ich so gucke, ist das am unteren Rand zu sehen Dass sie eben so Was? Okay, das ist los Ja gut, ich würde fast nur sagen, wir machen die Brücke in der nächsten Folge Hanni braucht zu lange Das wird das was für ein Leben Wenn sie schnell mit fertig, würde ich sagen, okay, machen das eben schnell noch Aber die braucht da bis in der halbe Stunde für Haben wir noch eine schöne nächste Folge, finde ich gut Leute, danke schön fürs Einschalten In der nächsten Folge haben wir schon Zeit, ja Ja, wir sind bei fast 40 Minuten, also Okay, alles klar Das ist ja Kerz Und dann sage ich mir Dankeschön für die Reinhaltung Und bis zum nächsten Mal Tschüss Bei BTTDR Tschüss BTTTR Oh BTTTR Ja, eigentlich ist das von TTT, aber gut Ja, ich weiß TTTTR BTTTR 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 Zeitfeind Okay Ich glaube, du nimmst nicht drüber Ich glaube, die Schallparapartner ist TTTT 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 Das hört sich mittlerweile an wie Titte Hör auf Wow, Lust, das Spiel verlassen Ähm, euch tschüss Nee, ey ! TTTT